ich habe auch schon ein Buch gefunden ich habe es gepresst nichts passiert die Erkennung der Zürcher der Bank von der Nuller der Zürmer die Kräfte Ja, ich war zuerst hier Ich war zuerst hier Ach komm Leute, das Spiel hatten wir doch schon mal Ich setze das eigentlich fast durch Nein, das Spiel hatten wir erst einmal, zweimal Ach komm, Leute Das ist doch sicherlich Das war auch, Heidi Ja komm Ja komm, der Klügere gibt nach Ja, alles klar Nein, 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 nein Der Klügere gibt nach Na komm, Heidi, du darfst Na, Peter, das hättest du ja wohl nicht gerne gehabt Hätt ich echt gerne gehabt Jetzt kommt Leute, jetzt lass uns ja nicht da durchgehen Ja, was hört doch mal auf, weil ich alles für Spielkinder, was Ja, ich schlag nicht die ganze Zeit Ja, ich schlag auch nicht die ganze Zeit Ihr schlag beide die ganze Zeit, ihr fucking Glückler Ich schlag nur mein Foto an Gar nicht Ach, deine Mom Ja, ja, nein Dann hättest du gar nicht Ja, Mutter, ich mach das durch Ja, komm schon Nein Nein Jetzt rutsch mal auf, ey Ja, ist gut Jetzt reicht es, jetzt reicht es Jetzt ist nicht mehr lustig Jetzt ist nicht mehr lustig Jetzt ist nicht mehr lustig Alter Jetzt will ich zuerst Fuck, ich war ganz anders Jetzt hättest du gar nicht, du nutze Ja, okay, jetzt reicht es Jetzt reicht es Komm, ich schlag nicht mehr Ja, ja Alles klar Ja Alter, ich war schon drin Alter Alter Okay, jetzt flagen wir wieder Ich hab dich ausgeschlagen Nein, nein, nein Alles Nubis Nein, Peter, nein Nein, nein Ja Schade Dankeschön Alles Nubis No, komm, Peter Das ist nicht dein Ernst Lass mich doch einfach zuerst Nein Ach, komm, ey Oh, Peter, willst du das LP wieder künstlich in die Länge ziehen? Ja, du doch Ach, Mann, ey Ich Jetzt komm schon Ja Ja Nein Nein Fuck Nicht in die Ecke, Peter Das ist nicht gut Nein Ja Ja, komm, geh Mach Ja, äh, zähl wohl gerne Nein, 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 nein Ja Wo ist der Bram denn hin? Erstmal Ist der Park Ja, und jetzt? Ja, die hier warst du doch zu Hause, oder? Ja, auf jeden Fall Ey, ich denke mal, wir müssen hier entwasser, ne? Soll, gibt's hier ne Strömung? Oh, danke Hier gibt's ne Strömung Verdammt Okay, das war's Hier kommen wir nicht weiter Ah, wir sind an der Leiter vorbei, wir Idioten Na, wir sind alle wie die Geier bis zum Ende Nein Nein Was denn? Oh, kommt schon Ja In your face, bitches Ja, ich auch Nein, ey, Dennis Nein Ja Ja, nein Nein, ich war auch fast da Nein Oh, jetzt geht das wieder los Was soll das denn? Das war übrigens Peter Ja, Peter, ja, Peter ist kein unbeschriebenes Blatt hier Nein 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 Oh, guck mal, jetzt schafft Peter nur hier, Hadi, ey Scheiße Nee, Peter nicht Keine Sorge Boah, fick doch die Henne, ey Was war das denn, Peter? Hast gerade ein Ding abgang gemacht? Nein, 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 nein Guru Sprung Wo ist Peter hin? Nein, 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 nein Ja Fick dich, Peter Willst du hier ankommen, oder was? Ja, will ich Ach, hier sind doch beide Hude Nein 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 Was willst du da überhaupt? Hau ab Nein Ja, den kriegst du doch nicht weg Oh Gott Ja, den kriegst du doch nicht weg Du hast mich gehauen Naja, ich hab dich nicht gehauen Naja, ich hab dich nicht gehauen Du standst bei mir in der Wand drin Du standst in der Wand drin Verdammte Verdammte Das ist natürlich ärgerlich, Dennis Oh ja Jetzt sagst du, ey Na, Hadi, jetzt will ich mich beeilen Ja, jetzt will ich mich beeilen Ja, dann sagst du mich beeilen, alles klar Ja, dann sagst du mich beeilen, alles klar Ja, dann sagst du die Kopf, ey Na Uh, ich muss ein bisschen trollen Ja, du Du hast den Reiniger auf dem Bongo Ich bin ganz vernünftig Ja, ja, auf jeden Fall Oh, danke Nein 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 Ach, Dennis Das bringt dir doch auch nichts Klar, Hörger Jetzt komm Jetzt mach doch mal Platz, du Bongo Geht, ich bin zu dick Oh, scheiß, die Wandern, ey Nein 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 Du fickes Gesicht, ey Oh mein Gott Oh mein Gott, Frauen hat's geschafft Nein Oh Mann Das ist doch scheiße Das ist doch scheiße Das ist eine schöne Sicht Sehr Gott hier Ich wundere, wie sieht das in der Kübe aus? Oh ja Hadi hat's auch endlich geschafft Prison Tower under renovation Ja, Hadi, hast du nicht mehr gewohnt Access vom Sheriff Office in the Bude war Wo brauchst du mich die ganze Zeit? Ich hau dich nicht Also hier ist die Lava Ist Wasser relevant hier? Aha Wenn der linke Hand heißt Lava War ja die rechte, oder? Das geht's doch gar nicht jetzt Komm schon Du willst halt so aufliegen, sagst du? Wo ist Peter denn überhaupt? Hier sind ganz viele Türen und ich weiß nicht wohin Peter ist falsch gelaufen Ja, warum geht der nicht einfach hier ins Wasser? Ja, ich weiß aber nicht, ob das richtig ist Ja, ist halt richtig Ja, ist halt scheiße Mir geht nämlich auch weiter Ach Oh ja Der ist genutzt Oh mein Gott Oh mein Gott Beide genutzt Oh nein Oh doch Fuck, Bitch, ey Du Bitch Boah, wir hätten den Beinahe über den Zaun katapultiert Ach, deine Mutter hätte sich fast über den Zaun katapultiert Ach, deine Mutter hätte sich fast über den Zaun katapultiert Oh, schon wieder fast Ah, Dennis aber einen abgekriegt Oh, schon wieder einen Guck dir das an Ja, Peter, das war aber vorhersehbar Ich wollte nur Dennis da rauskommt So und jetzt? Ich weiß nicht, hier sind ganz viele Türen Da guck mich so ein fritziertes Ding an, warte mal Oh mein Gott In deinem Zelda-LP würdest du niemals Chips essen Das stimmt Aber hier sind wir doch alle zusammen Das ist doch viel belustigender Ja, wenn du Chips isst Wenn du Chips isst We're running out of alcohol Ich verstehe, wie wir den Zaun fallen Ich dachte, Peter hat nicht möchte, dass der Chips isst Jaaa Smiling it from east to surface is really hard with the sheriff on the narrow road Ja mein Gott, du kannst doch in Du kannst doch in Wenn wir nachher aufhören Chips essen Das musst du doch nicht jetzt überlegen Kann ich ja Ich kann mich ja auch muten Ja, von mir aus auch Das wäre wahrscheinlich noch das Beste Ja, ohne Wissen Da waren wir schon mal Komm mal her, das ist der Checkpoint Ja, müssen wir wohl hier lang, oder? Wahrscheinlich Sheriff's Office Na, da müssen wir eh hin Davon da aus müssen wir das Prison anmachen Beziehungsweise aufmachen Hier ist ein Schalter My eyes My eyes My head is Where's healing Wo ist denn der Peter? Oh mein Gott, Tati Der hat mich eingesperrt Ja, aber geil Das war 34 Ja, Peter ist Prisoner 34 Ja, Peter ist Prisoner 34 Ich gehst du da vor Wann da Wann da Wann da Wann der Wann der Wann der Wann der Wann der Wann der Ja, Peter? Ja, 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 ja Wo ist der andere Prayer Blatt in welchem Knast? Was passiert jetzt überhaupt wenn man sich hier drauf ist stellt? auf diese Platte Peter, du musst noch mal ein Nummer Du musst noch mal Nummer 34 rein Da ist der Schalter, und Dennis muss den anderen Hey guck, jetzt ist der St.V.Gustab Enclave The same Enclave, so good auf unsere Cube? Wahrscheinlich nicht. Lass uns das jetzt aufhören. Lass uns das aufhören! Stimmt gar nicht. Wie man so assi sein kann, ich esse die ganze Zeit Chips. Ich stehe aber auf der anderen Platte. Ja, warum kannst du dich einfach warten, ey? Ja, ist ja okay. Ich stehe auf der anderen Platte, wieso passiert das? Ja, klar, klar. Ich muss dann die Tüte zusammen machen. Vielleicht haben wir jetzt den Tower of the Prison aufgemacht. Vielleicht. Und haben wir. Drückt mal in euer Inventar. Habt ihr auch so ein Hintergrundbild bei euren Maniken? Ja. Okay, wa? Ich liebe Irony. Irony? 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 Irony. This time upwards is the only way downwards. What the fuck? Are you really that crazy? No, just you. Ja, wir wollen ja nach unten. Wir wollen in den Cube rein, um zu gucken, ob da noch Menschen leben. Das heißt, wir müssen jetzt quasi nach oben, um nach unten zu kommen. Ach, scheiß doch die Menschen da drin, ey. Wir haben ja schon ganz hinten denn gucken, was da ist, aber in der Straße noch. Nicht wirklich. Ja, dann gehe ich dann noch kurz mehr gucken. Ja, ich gucke auch schnell. Jump. 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 So. Ah! To Copen Square. Hier ist der Checkpoint. Alles klar. Und hier kommt man zu dem Eingang zum Cube. Na ja, müssen wir wahrscheinlich erst später rein. Fuck. Die hat immer noch nicht geschissen gekriegt. Naja, ich weiß nicht, wo man hin soll. Okay, hier schon mal nicht. Ja, aber die Tür da ist nicht offen. Ne, die muss man jetzt hier wahrscheinlich irgendwie aufmachen. Ach, ihr Noobs. Ja. Dann können wir doch darüber springen. Das war eine gute Idee. Das war eine gute Idee. Ja. To throw garbage down into the Cube. Those barbarians down, der deserved it. Da sind zwei Buttons. Gustav, du bist dran. Ja, ich wollte dich nur runter shoppen. Ja, ich weiß. Was? Wir sind in die Cube. Wir benutzen ihn für Garbage. Cute! Nicht so epic, wie ich style es würde. Verdammt. Ja, das finde ich auch. Hat viel zu wenig Style. Ja, hat viel zu wenig Style. Hat viel zu wenig Style mit dem Müll darunter zu kommen. Hast du dich verstanden? Wir gehen jetzt der Müllschlacht darunter, du Nutte. Ja, das ist... Ja, was denn jetzt? Ja, du musst da runter. Ich versuche ein bisschen ein Loch zu schubsen. Ja, jetzt drück doch mal den scheiß Knopf hier im Moment. Ja, du musst doch mal den Knopf. Wer drückt denn welchen Knopf? Nee, du greifst. Eins, zwei, drei jetzt. Ja, Hardy hat mich geschlagen natürlich in dem Moment. Okay, eins, zwei, drei jetzt. Hör mal nass. Hör mal nass. Da ist ein Schild. Ein Schild! Old Note. I'm stuck here. Maybe forever. Buttons are too high. Who destined... Dis... Nee, Designs. Okay, eins, zwei, drei. Das müsste er noch mal wiederholen. Wir müssen das noch mal wiederholen. Ich bin bis unten durchgefallen. Ja, ich auch. Lol! Ja, Hardy doch jetzt auch. Hm, what the fuck. Hardy ist dumm. Wir sind bei Chapter 2. Inside. Oh. Hammer. Hammer. Hammer riesig. Auf jeden. Gustav, da bin ich! Feels like home. Just look around, it's destroyed. Nix von dir ist ein Schild. 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 Und du musst dir machen, das guhtes Administ osoby. Aber da, mach doch.